Ah ja, okay, ich bin rot, ich bin rot. Nein! Nein, ich bin rot. Ich bin blau, ich bin blau. Ich bin blau, ich bin blau. Ich bin blau. Jungs, ihr dürft nicht oben auf Flip drücken, okay? Wer, 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 wenn ich? Doch, ich kann die so wegjeeten, die Figur. Siehst ihr das? Ja, ich nicht. Bruder, wir bauen die nach Riemann. Ich kann die nicht wegjeeten. Lass es. Das ist ein Delfin. Alter, what the fuck? Delfin. Delfin. Delfin, Alter. Man, Konzentration. Wer hat da die ganze Wohnung? Muss ich rufen? Hey Leute, das Game ist viel zu... Man, man kann viel zu viel... Okay, ruhe jetzt, ruhe jetzt. Also, ich bin rot. Kann jeder seine Figuren bewegen? Ich bin blau, ich bin blau. Ich bin dann gelb. Ich bin dann grün. Okay. Was machst du da? Stell dich zurück auf deinen scheiß Platz, Max. Aber man kann einfach schummeln. Ich kann einfach sagen, ja, ich hab schon eine Homebase. Ja, unter dem... Das kann man, Bruder. In normalen... Ich bin gelb. Lass meine Figuren in Ruhe. Ich bin lost, Alter. Das ist zu crazy. Ja, guck mal. Nehmen wir mal alle rum. Machst nur meine Figuren weg. Warte, Jungs. Das wird schon jemand schummeln. Lass anfangen. Wer fängt an? Das kann man mit einem normalen Gamefighting auch, Max. Wir würfeln, wer anfängt. Wir würfeln, wer anfängt. Jeder hat einen Würfel. Okay, stopp. Wir gehen der Reihe nach. Wir gehen der Reihe nach. Grün fängt an. Grün fängt an. Grün fängt an. Nein, jeder würfelt einmal. Okay. Grün ist dran. Grün ist dran. Nehmen den Würfel mal zurück zu dir. Grün ist dran. Grün. Grün. Würfel nicht dran? Ja, würfeln. Sechs. Nein, du hast doch nicht gewonnen. Nein, ich dachte, wir würfeln, wer anfängt. Nein, aber mit sechs, klar wer raus. Ihr darfst doch aus unserem Haus raus jetzt. Hä, seid ihr dumm? Wir würfeln, wer anfängt, Junge. Wir würfeln, wer anfängt. Auch eine Sechs. Stechen zu mir gleich. Würfel zurücknehmen. Ist ja voll kompliziert. Du bist dran, Max. Ja, ich hab doch eben schon eine Sechs. Ja, ich hatte auch eine Sechs. Ja. Dann ist jetzt... Achso, wir sind schlecht. Okay, ich würfel. Fünf. Ja, eins. Okay, das heißt, ich fang an. Und dann ist Papa Platter dran. Okay, wie was darf ich würfeln? Jetzt dreimal. Ich muss sechs würfeln, damit sie frei kommen, ne? Genau, genau. Muss ich würfeln, Bro? Nein, warte, warte. Nein, 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 nein. Sechs. Das war kein richtiger Wurm. Free. Darf ich jetzt nochmal würfeln? Doch, eigentlich darfst du nochmal würfeln. Okay, dann ist er free. Jetzt darf ich nochmal. Und zwei. Nein! Hey, warte, warte, warte. Ich wollte gucken, ob ihr rumfasst. Okay, weiter geht's. Lattendale ist dran. Zoom mal so weit raus, wie es geht, so hab ich gespielt. Ne, warte, ich bin dran im Uhrzeigersinn. So hast du gespielt? Ja, ich wusste es nicht. Bro. Der ist so dumm, der Junge. Ich hab mich schon gewusst, dass ihr erkennt, welche Zahl da gewürfelt wird. So peinlich, dieser Junge. Okay, Lattendale die Würfel. Wir spielen mit dem Uhrzeigersinn. Warum mach das ran? Achso. 1. Wie würfelst du? 1. Ne, war schon gezählt. Ey, das war eine 1. Nein, das zählt nicht. Dreimal würfeln. Dreimal würfeln. Jungs, würfelt mal hier oder hier. So außen einfach. Ja, aber außen. Der zählt trotzdem noch. Ich würfel aber jetzt außen. 1. Ich lieg vorn. Wilde Runde. Okay, Revi, du bist dran. Du bist blau. Mir fehlt die Hintergrund. Stressmusik ein bisschen. 3. Scheißwurf. 1. Scheißwurf. 5. 3. 4. 4. Das ist beim Autisten, Alter. 4. 1. 4. 1. 5. Das finde ich, das war nicht mit Absicht. Ich dachte, das ist Wür zaglipp. Du hast das doch gesagt mit F5. Nein! Oh mein Gott, doch nicht dis, Bruder. Das ist doch unfass... Ich bin schockiert. Wieso geht das überhaupt? 5. 6. Du Scheiße! Was ist das für ne Scheiß-Game-Funktion? Wenn man sich einmal verklickt ist alles weg! So aufstellen wie eben! So aufstellen wie eben! So aufstellen wie eben! Aufstellen wie eben! Nein, Roboto, der war hier, du Hund! Ja, ich hab doch gewürfelt, ne 3! Na klar war ich dran! Du bist der dümmste Mensch, den ich kenne, wirklich! Du bist so unendlich! Vor allem steht da oben Flip und nicht Flick, Junge! Wo kann ich denn perfekt nen Würfel einmal werfen? Ja, flippt erstmal das Wort! Das war ein Fail! Ey, der ist so ein richtiger Family Guy, wo man Trimax will würfeln im echten Leben und schmeißt den Tisch um! Der ist so ein richtiger Peter Griffith, der vergessen sich hinzusetzen! Scheiße, Alter! Ja, wer ist jetzt dran? Wer ist jetzt dran? Wer macht diese Autisten-Linie? Was berechnet hier irgendwas? Ja, ich bin dran! Ich bin dran! Ich bin jetzt dran! Ich hatte danach ne Zweigürf! Meine ganzen Zuschauer sagen, das bist du dumm! Ich hatte danach ne Zweigürf! Ruhe! Ich war doch vor dir dran, Digga! Ich bin doch im Urteil, wir sind vor dir! Oh mein Gott! Wer hat mich jetzt wieder weggeworfen? Trimax jetzt ständig hin, du Hund! Trimax ist hier! Ich steh wirklich auf der Fünf! Ich war doch nach Romata! Ich hatte drei und dann ne Zweigürfeln! What the fuck? Have a great time! Oh mein Gott, Jungs! Alter Leute, lasst das doch jetzt! Wieso geht das überhaupt in dem Spiel? Und nun konnte man auch nicht einfach die anderen die Karten wegnehmen und abbrennen oder so ne Scheiße! Abbrennen? Mark! Jetzt hätte ich nicht, dass einer gewonnen hat! Ihr wisst beide, dass ich auf der Fünf stand! Ich war doch vor Romata! Nein! Schreib mal bei jedem den Namen hin, dann wissen die Zuschauer wo wir sind! Guck mal wie der schreibt! Was machst du? Man, Romata auf über Text hin zu machen, du Bastard! Was ist das da? Unwitzig von Romata! Wo kommt da irgendwer Kuhfeld? Das Game ist Scheiße! Nein, das Game ist gut, weil wir uns einfach an die Scheißregeln halten, Mann! Kann jemand mir das iPad da wegnehmen? Hör doch auf! Hä? Okay, Freunde! Das ist Shopperest, das ist Sprag! Wo kommen die ganzen iPads her? Jungs, Jungs, Jungs! Neu aufstellen! Neu aufstellen! Neu aufstellen! Wir beruhigen uns jetzt und spielen das Spiel, okay? Ich möchte eine Runde im Match ärgerlich mit euch spielen! Ja, ich auch! Jeder schreibt seinen Namen daheim jetzt! Können wir mal Würfel stapeln, so viel wie wir können? Nein, Romata, können wir nicht! Darum geht es in dem Game mich! Ähm, wer ist dran? Ich bin jetzt dran! Ich war dran! Okay, dann würfel! Würfel, würfel, würfel! Fünf! Sechs! Warte, wir werden das Spiel jetzt spielen, Romata! Oh, guck mal! Wie hoch der ist, ey! Nein, glaub ich doch nicht direkt alles! Eins, zwei, drei, vier! So! Okay, ich bin dran! Geh meinen Würfel ab! Wo ist denn dein Würfel? Dahinten, du Bott! Hier! Okay, danke, Bro! Jeder hat seine Würfel zu sich! Ab einer Eins! Vier! Ne, in der Schule gesagt! Oh, Jungs, Jungs! Oh, Jungs, Jungs! Jungs, Jungs, Jungs! Jungs, Jungs, Jungs! Jungs, Jungs, Jungs! Jungs, 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 War das jetzt geworfen? Das ist wirklich so eine Sympathie von so Leuten im Altersheim! Jungs, Jungs, Jungs! Digga, er ist total scheiße, Jungs! Was ist denn er? Das ist doch dein Wurf! Der flickt den einfach nur mal kurz! Aber warte mal, du kannst auch zweimal so das machen. Dann kannst du es so hoch machen! Ja, Hauzer, wir spielen jetzt, Jungs! Wie weit kann man den oft in der Luft halten? Ey, ich werfe jetzt wie eben, das war ein Scheiß, ich werfe jetzt ganz... Ja, dann wirf wie eben, wirf wie eben, wirf wie eben Okay, jetzt würfel ich, Achtung! So! Eins! Das waren ZWEI! Der zieht dir die ganze Zeit, Mann! Der zieht dir die ganze Zeit, Mann! Ey, was ist denn er? Guck mal her hier bei mir an! Eins, zwei, drei... Hey, warte mal, wo hast du gewuppt? Wo ist dein Würfel, du Bastard? Da liegt der, mein schwarzer Würfel liegt hier! Ja, okay, gut, ich bin dran! Und was hast du? ZWEI! ZWEI! Kevin! Was machst du? Yo! Kevin! Nein! Er schubst diesen Würfel so auf eine Sechs! Eins! Und noch eine Eins, okay! Guck dir, zwei weg! Ist es gut, oder? Ich glaube, ich war so ein Masu da, Junge! Schau dir, wer ist dran? Du! Ja, gib mal Würfel! Wer ist, wer ist schon wieder grau? Du bist dran! Schau mich, du bist dran! Ja, wer nimmt den Würfel weg, zack! Und es ist eine ZWO! Eine ZWO! Ah, eine Fünf! Eins! Zwei! Drei! Vier! Fünf! Okay, sechs! Hä? Hier! Hab ich gesehen! Ihr habt alles gesehen! Du hast eine Drei gewuppelt! Das war so lächerlich, Alter! Übel gut gecheckt! Übel gut gecheckt! Oh, wirklich eine Sechs! Jetzt haut er nicht raus! Jetzt eine Eins! Jetzt eine Eins! Ja! 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 Weg mit dir! Lösch dich, Alter! Du bist so scheiße! Jetzt hat er gar nichts mehr wieder! Geil! Jetzt bin ich dran! Okay! Zack! Wieder eine Eins! Drei! Das ist jetzt Kacke! Oh, das ist so geil! Romata, mach eine Sechs! Mach eine Sechs! Gönn! Ja! Gönn! Gönn! Nein! Aber jetzt! Ich hau jetzt Romatra raus! Pass auf! Mit einer Vier bräuchtest du! Das ist so geil, ne? Romata war am weitesten! Oh, fünf! Let's go! Eins, zwei, drei, vier, fünf! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Ich habe jetzt dreimal miteinander eins gewürfelt! Dafür könnte ich auch in den Knast gehen! Fünf! Könnte ich auch in den Knast gehen für! Als ob man ins Gefängnis muss! Weil Mensch ärgere dich nicht! Ein paar Momente Spader! Hä? Rivi? Jesus! Hat sich rausgeschmissen, Romatra! Ja, der war ja noch am Anfang! Hat das immer wieder Ruhe! Trotzdem! Aber Pi, Paps, Kev, wie soll ich dich nennen? Nenn mich Paps! Nenn mich aber Kevin, Bro! Paps, Alter! Nenn ihn bitte Daddy! Nenn ihn einfach Daddy! Der Name Kevin, der wurde dir gegeben! Da kannst du gar nichts für! Aber Papa Platte hast du dir erarbeitet! Weißt du, was ich meine? Aber ich finde Kevin besser als Papa Platte! Echt? Ja! Was ist mit Vater? Ich mag meinen Namen! Vater, du bist dran! Kann man den Gesamt-Vier einmal reinschauen und einmal ganz kurz gucken, wie viel unwitzige Gags-Revy während er es gemacht hat in den 2 Stunden? Oh, Menge! Das müssten, glaube ich, schon so 30 bis 40 sein! Regi, wie findest du diese neuen deutschen Memes mit dem Fußabtreter und dann tritt jemand den Fuß weg? Das ist doch auch genau dein Humor, oder? Hä? Ich bin dran! Ja, Papa Platte ist ja komplett am Anfang! Wie spielt denn der? Bro, Max, mach mal jetzt nicht so... 1, 2, 3... Oh mein Gott! Du warst doch schon mega weit! No joke! Du bist ja quasi noch ganz... Ja, Mann! Aber Humata kippt mich die ganze Zeit raus! Das ist so frech! Er holt dann den Trüffel Parmesan beim Burger King, Bro! Mit frittierten Ziegenkäse drauf! Die haben manchmal richtig gute Burger! Ist kein Witz! Ja, ja! Ist crazy, Mann! Burger King is state-of-the-art Burger, Alter! Was geht ab? Also sie sind lange nicht mehr so scheiße wie 2015! Was ist das für ein Satz?! Ja, 2015 waren die komplett beschissen! Und jetzt... Die haben sich gefangen! Sie mussten sich auch fangen! Also das ist so ein Fußballverein, Alter! Big Taste, die Experte, sein Vater! Sie haben sich gefangen! Sie mussten sich auch fangen, Alter! Digga! Er erklärt nicht an der Burger-Historie von Burger King! Wenn Papa Platte das noch gewinnt, Digga, dann ist echt Ende! Warte mal, ich stand hier! Ich muss hier hin, ich muss hier hin! 1, 2, 3! Ich hab gar nicht gewürfelt! Digga, es war doch grad vor der Platte! Bist du dumm, oder was? Ich bin jetzt dran! Ich hab schon gewürfelt, ich hab schon gewürfelt! Ja, 1! Weil er so dumm ist! Möwitz! So mit meinem Schienenberg gegen Deins treten, bis beide gebrochen sind! Das will ich machen! Das finde ich so angenehm! Das würde ich gerne mal gegen Remi machen! 2, 2! And ich muss freimachen! Ich mach jetzt hier noch schnell zu Ende, dann bin ich durch! Wer ist dran? Robatran, ne? Wie schnell zu Ende? Du weißt, dass die Runde noch ungekehrt ist! Digga, ich hab jetzt 3x an der 1 geworfen! Bro, ich will sterben, Mann! Ich hab keinen Bock mehr, Alter! Seht ihr aus, als würde ich schlechte Minecraft-Videos auf YouTube hochladen? Das ist ne Wurzel, du Bastard! Ich bin dran! Hey! Scheiße, Bruder! Mein Netwarf, Bruder! Einfach ne Wurzeln! Ich muss Revi raushauen, bevor er gewinnt! Ich flipp's aufs Table und geh einfach! Ich hab äh, Hunger! Aber dann hab ich gewonnen, automatisch! Ich hab Hunger und Schweiß! Wer würfelt denn da grad fünfmal? Eins, zwei, drei, vier, fünf! So, letzte Chance, Papa, Papa! Oh, jetzt komm schon! Haut ihn raus! Haut ihn raus, Jungs! Rot! Vier! Das ist ne Vier! Sechs, sechs, okay? Nein, ist das nicht! Und jetzt ne Vier! Vier, 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 vier! Ich flipp dann Tablen! Der muss da einwürfel, das schafft er niemals! Ich bin dran! Ich hole ihn jetzt auch noch! Ich kann ne sechs Würfel nicht raushauen und die dann raushauen! Ich flipp dann Tablen und geh einfach! Ich sag's so wie es ist! Wir machen ihn nass! Nein, wenn ich jetzt rausfliege, ich flip Table und gehe. Der schafft jetzt niemals, da 1 zu wiffen. Wer wiff ich denn da gerade so oft? Ich muss noch raus, da ist 6. Da ist 6, da raus, hier. Da mach nochmal das 6. Revi, du hast ja keine 1 zu holen. Revi, du hast ja keine 1 zu holen. Das schafft er nicht. Okay, jetzt der 1, der 1, der 1. Der 1, der 1, der 1. Ah, Bruder, was ist das denn, Alter? Nein, wir wiffen die anderen. Ich hab 3 Versuche jetzt. 3 Versuche, 3 Versuche hab ich. Nein, hast du nicht, hast du nicht. Ich hab 3 Versuche. Ich hab nur einen Versuch, Bruder, bei sowas. Ich hab nur einen Versuch, bist du bescheuert? Wieso denkst du so'n Scheiß? Das ist fair. Ach, nein. Das ist gelb für Angst, Bruder. Nein, nein, nein. Nein, nein. Und damit hab ich gewonnen. Ja, Freude. Blute Runde. Hat sich ja richtig gelohnt, Alter. Richtig nice, richtig geil, Junge.